Junge. Das ist Drymax, Alter. Ich glaube, ich habe einen Gerstenkorn im Auge. Kennst du das? Oh, das ist so abartig. Was erzählst du das, Mann? Jetzt kriegst du auch eins, ne? Das ist wie Herbens. Wenn man das hört, kriegt man das. Warum sollte man keinen Gerstenkorn haben wollen, Leute? Es ist Nahrung. Latten, Daddy. Kein Battle Pass. Ein Moment. Ich glaube, ich habe jetzt 70% EXP-Boost. Wie viel Booster hast du? Ich habe schon 80%, weil ich nochmal dazu gekauft habe. Ja, dann kaufe ich jetzt auch den 28er. Why not? Digga. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Ihr seid alle Sch***, Mann. Ich kaufe jetzt auch mal V-Bugs dazu. Ist mir auch alles egal, Alter. Wirklich. Let's go, let's go, let's go. Alter, ich habe richtig Bock, ne? Wieso haben wir eigentlich niemals zusammengezockt, Papa-Plattesmurf? Digga, mir schreibt... Ich kriege gerade eine Nachricht von Windows. Ich kriege eine Nachricht unten rechts. Das passiert gerade im richtigen Leben. Geh doch mal vom Computer weg. Was will mein PC mir sagen, Digga? Riviert abgelehnt. Ja, dann mache ich nur mit Papa. Nee, ich habe das aus Versehen. Ich habe keine Rot- und Grün-Schwäche heute. Jeder Typ hat eine Rot-Grün-Schwäche. Stimmt überhaupt nicht, Alter. Ich habe keine Rot-Grün-Schwäche. Hä? Digga, Firex, du bist kein Twitch-Partner. Das ist eine Beleidigung für den Lost-E-Sports-Clan. Weißt du, was ich meine? Ja. Jungs, kurze Frage. Seit wann? Also ich habe mir jetzt gerade einen neuen Account gemacht und die ganzen Tastatureinstellungen sind jetzt zurückgesetzt. Die Spittacke ist jetzt auf L. Guck mal, Refi meinte doch, du bist ein sauerverplantter Typ, der das nicht hinkriegt. Und dann meintest du sofort, yo, ich mache schnell meine Mauseinstellungen. Dann dachten wir, Alter, du hast voll den Plan. Aber jetzt hast du deine Tasten. Du hast die Maus... Nein, nein, nein. Ich habe alle Tasten eingestellt. Also halt meine Wände, Boden und so. Ja, wie gut bist du? Von 1 bis 10 vielleicht so eine 7, wenn ich on-Point bin. Vielleicht heute eine 6, mal gucken. Da musst du alles in Relation sehen. Weißt du, was ich meine? So ein Try-Mail sind wir. Gegen mich und Refi bist du halt jetzt 10 vom Ziel. Gegen Mongral... Ja, Monnaby. Oh, wir haben die mal gesturten. Ich wollte eigentlich nur die Kiste wegnehmen, wenn es passt. Jungs, komm mal kurz ran für dieses Soft-Pack. Ich so, fahren wir so gut. Wieso spielen wir nicht aggressiver? Jungs, erklär mir mal ganz kurz. Also wir spielen jetzt quasi Arena-Mode, oder wie? Nee, gerade nicht. Ja, wir haben so zwei Euro-Paletten gekauft. Halt die ganz normalen Euro-Paletten. Schliffen und wir bauen daraus so Möbel für die Terrasse. Digga, wenn du es nicht richtig abschleifst, Alter, und du irgendwann so einen Splint in der Eichel hast, Digga. In der Eichel wahrscheinlich, oder? Ja, man sitzt ja nackt auf der Terrasse, oder? Nein, 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 Bruder, Bruder, Bruder. Wir haben da noch so ein Kissen drauf, keine Sorge. Splitter in deine Eichel. Außer du bist ein Riesensplitter, der... Also wenn es so... Ja, dann hast du aber auch ein ganz anderes Problem, Mann. Du kannst sagen, dass du einfach eine riesige Eichel hast. Dann weiß es nicht, ne? Jetzt wird das erstmal ein schöner Null-Kill-Win hier. Alter, ich hab total Bock in der Arena gleich. Ihr wisst, wie sch*** Revi in dem Spiel ist, ne? Max... Hast du schon mal mit Revi gespielt? Was talkst du eigentlich die ganze Zeit für ein Toxic-S***, Alter? Junge, du bist deutlich wecker als ich, und das wissen doch alle. Ich bin wecker als... Max, du hast sogar gegen 1 gegen 1 gegen mich verloren. Das war kein 1 gegen 1. Was war denn das dann? Wir haben eine Person gegen eine andere Person gespielt. Ich hab mir ein Wasser aus der Küche geholt, du hast mich getötet. Das ist nicht wahr, das stimmt nicht mal, Max. Ich mach auf, ich mach auf. Okay, mach auf. In 3, 2, 1, offen. Genockt. Hast du gemerkt, Papa Platte? Ist er wirklich genockt? Holy, Alter, die Synergy stimmt auch hier. Ja, wir haben... Holy s*** sind das viele Teams. Ein Team down, ein Team komplett down. Sind die schon close, Jungs? Ein bisschen. Halb close, würde ich sagen. Guter halb close, man kennt's. Diese Trimace-Culture, hab ich sie vermisst. Hab ich sie vermisst. Lass da hin. Ist in der Arena immer noch alles so, dass man 50 AP bekommt? Hab rechts einen genockt noch. Digga, einfach Fortnite zocken. Ja, einfach mal Fortnite spielen, oder? Einfach mal Fortnite spielen? Einfach mal Fortnite spielen. So, was die Alde sagt, Hauptsache eine geile Zeit, oder Max? Das ist es. Oh, warte mal, hier sind so Äpfel. Schock. Schockgesell, ja? Papa Platte, wie viele Subs hast du? Rein aus Interesse? Oh, okay, jetzt kommt der Weedleflex. Jetzt dann nach dem Streamen will ich 7300. Ja, Junge, Hals, Maul. Kann man davon leben? Tatsächlich nicht, nee. Aber zum Glück habe ich einen grünen Lambo, deswegen kann ich mir gerade so mein Essen leisten. Einfach eine Schönheit, Digga. 4000 bis 8. Gnockt? Das weiß ich nicht. Hab ihn genockt? Warte, warte, ich komm mit dem Ding drin. Hab ihn. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Lass mal lieber Sound gehen. Kommt, Sound, 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 Sound. Ja, wir müssen das jetzt hier ganz entspannt machen. Machen wir das hier. Nee, der schießt einfach aus. Ich hab einen Down bei mir. Ach mein Gott, ich hab... Aber noch eine Falle, ich bin ja so schlimm. Alter, holy... Jetzt hast du einen Lauf. Okay. Hat 150er von mir bekommen, der Typ? Über dir, über dir. Nice, krank. Kranker Win, jung. Sehr stark. Wie viele Kills habt ihr? Max, 2 Kills. 5x6, ich hab 7, da bin ich der Beste gewesen aus der Runde. Easy win, Decker. Easy. Lecker. Darf ich auch? Bitte nicht, Alter. Das war alle Dänen spielen, Junge. Das war bitte alle Dänen spielen. Das ist der NoSkin, aber der war lange im Bunker. Man hat sich von Bananen anhält. Okay, ready up und get let's go. Stell dir vor, diese Squad von Obdachlosen stompt dich in-game, Alter. Sag nicht mehr Laten. Wieso Obdachlos? Der ist nicht Obdachlos. Der war im Bunker eingeschlossen. Straight up geht der aus wie ein Obdachloser. Ich komm nicht rein, ich hab keine Einladung. Hä, das bist du nicht. Der jemand hat den Falsch reingeladen. Es gibt noch einen Revy. Den hab ich auch in der Freundschaft. Hä? Wait, hab ich den falschen Revy get it? Glaube ich aber auch den falschen Revy get it. Dein, ihr Geist. Bro, das ist ja grauenhaft. Oh mein Gott. Ich will zocken, Revy. Jetzt mach mal nichts um. Kann ich ja, ich muss. Wahrscheinlich bin ich der verpeilte Typ, Revy, oder? Hm. Okay, okay. Das war's. Das gefällt mir. Es gefällt mir. Es gefällt mir. Es wird einfach geil. Ich möchte einfach nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich gerade die meisten Kills hatte, ja? Von allen. Oh, cool. Darum geht's ja nicht. Das freut mich für die Revy. Darum geht's, weil du hast mich nämlich immer beleidigt, Alter. Du Bot. Junge. Oh, wreck. Du Bulletsponge, Alter. Junge, wir haben Duo gespielt. Wir haben zusammen 260 Punkte, ja? Davon hab ich 210 gemacht. Du bist jemand, die ganze Zeit einfach nur, der im Hintergrund ist und die ganze Zeit rumschreit. Und das macht das vom A** dich. Ich kann das Spiel und du schreist im Hintergrund. Aber du hast wirklich eine sehr kastenförmige Körperstruktur, scheinbar. Das muss man sagen. Du siehst echt aus wie ein Roblox-Skin. Danke. Im Positiven, natürlich. Ja, ja, danke. Das ist gut. So ein, Digga, Roblox-Skin. Auch. Nee, ich seh aus wie ein V. Ich hab das V-Shape, weißt du? Dorido bin ich, ja, ja. Ah, ja, das ist auch nicht schlecht. Dorido-Shape. Ja. Das ist gut. Papa, Plan ist sieht einfach straight up aus wie ein Investor. Frage an die Zuschauer. Schaffen wir es mit Revy? Mein Gott, Alter. Was soll denn das, dieses ganze Brashing, Junge? Schaffen wir es dritt Trio-Champion? Schaffen wir Trio-Champion? Ja, natürlich schaffen wir das. Digga, du hast auch gesagt, ein Duo. 300? Ja, wir haben ja auch einfach aufgehört zu spielen bei Duo. Wenn wir weitergemacht hätten, hätten wir es ja geschafft. Du warst ja die ganze Zeit im Center Park mit deiner Freundin, Alter. Du bist jedes Wochenende, bist du in Dänemark im Center Park. Juhu, du hast die kompletten Benelux-Länder. Alter, so 20 Mal durch. Ja, immer so kurze, knackige Urlaube sind's. So zwei Tage Ostsee. Bumm, bist du wieder da? Bumm. Ich bin übelster Fan von Deutschland-Urlaub. Warst du schon mal Baden-Württemberg? Das ist auch schön. Ihr seid überhaupt nicht bei mir. Ich bin irgendwie falsch. Wir sind alle nicht bei dir, oder? Oder bist du nicht bei uns? Und wir haben untergeschossen. Haben wir ihn down? Oh, der ist übelverschnitts. Mayday, Mayday. Holy shit. Melday. Alter, ich komm, ich komm. War beide down? Alter, zu krank einfach. Die waren auch echt krass. Mein Gott, komm her. Ich hab's aufgeregt für alle. Sei doch einfach mal freundlich. Ich verstehe diese Toxik nicht, Alter. Aber du musst schnell herkommen. Hier ist eine Sauve-Party. Eine Sauve-Party der Trimax. Fortnite-Party ist hier gerade. Ah, hier ist noch einer von mir. Hier? Finish mich, du Hund. Der rennt hier sein Maid, Jungs. Vielleicht könnt ihr den kurzen Finischen? Den, bin ich denn so sch*****, Leute? Alle down. Echt? Nee, wir haben es geschafft? Natürlich haben wir es geschafft. Ey! Digga, wie viel sind denn hier? Holy shit! Oh, Digga, vier Leute. Habt ihr diesen Clip gesehen von Eno? Wo er dann so... Berlin, was geht an? Berlin, was geht? Berlin! Ist eigentlich gut drauf? Digga, Berlin, was geht? Ich bin großer Eno-Fan seitdem, muss ich ehrlich sagen. Eno-Live-Shows lohnen sich einfach. Die Frage ist, hat er an dem Tag einfach nur richtig reingechokt? Oder ist ja allgemein einfach k***? Es ist wohl irgendwie sowas gewesen, dass dann in-Ear ein Delay hatte. Und er meinte halt so, ja, ich bin der Einzige, der live gesungen hätte. Weil alle anderen haben ja Playback gemacht und wir wollten halt unbedingt live. Ja, egal, Berlin, was geht? Haha. Oh, Ehrenmann. Und dann dieses Berlin, was geht? Er wollte es dann einfach retten, Digga. Er wollte es dann einfach retten. Ja, aber da kann man nicht haten. Ich hatte mir auch eine andere Show von ihm reingezogen. So, da hat sich alles normal angehört. Alter, ihr seid ja voll so musikalisch, ja? Trotzdem. Charles-Livex hat eben gesagt, er hört gar keine Musik. Er nervt das. Er nervt das einfach, Junge. Ey, shut up, Max. Als ob du nichts hörst. Was du so für Musikrichtung hörst. Gar nichts. Gar nichts. Ich höre wirklich nichts. Na, halt deinen Maul, Bruder. Ich werde, du hörst Nightcore. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mach mal vor. Mati! Mati! Ich kenn gar nichts. Ich weiß auch nicht, wer Eno ist. Oh, hier sind zwei. Hier im Dach, oder? Oh, oh, lol. Ich hab den getötet aus Versehen. Ich tote schon wieder aus Versehen, Leute. Ich lande genau bei dem Haus hier, wo ich markiert habe, ne? Ich lande hinten mit Hundehütte. Phyrex war auch bei der Hundehütte. Nein, Phyrex lande bei mir. Ich komme nicht zur Hundehütte. Ich lande bei Rewe. Der braucht mehr Hilfe. Nein, Dicker. Oh, schön. Warum wird hier nur gegen mich geschossen, Alter? Wieso tue ich mir die Schreie an, wirklich? Da haben wir diese Trommelfeuer-Shotgun da. Ist auch der größte Joke. Die ist richtig geil. Die kann siebener-Hits machen. Nice. Ihr solltet. Einer noch? Komm, Phyrex, wir müssen rein. Alter, Rewe. Schieb. Och, Mann, links neben mir. Zack. Moin. Servus. Moin. Das ist edler Content, oder? Auf jeden. Sympathisch. Ich muss hier mal ne Fünferbombe machen. Ne Fünferbombe. Der meines. Fünferbombe, Alter. Let's go. Easy YouTube-Upload. Fünferbombe, let's go. Aber auch so ein Titel schreiben. Top-Tier ist auch immer, wenn man danach let's go sagt, Alter. Wenn man einen Kill macht, let's go, Alter. Dann bist du direkt der beste Streamer der Welt. Wenn du let's go oder auf geht's sag, Digga. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Alter. Das macht dich zu einem guten Streamer. Das machen echt viele Leute, ne? Ja, Digga. Und das ist halt auch fast... Ich glaube, ich mache es selber sogar zu mir. Schönes Ding. Auf geht's, Digga. Ja, Mann. Anders, Junge. Anders, weißt du? Wenn du so einen Kill machst. Richtig schlimm. Richtig schlimm, wenn ich mir Leute sagen, so, schmeckt, Digga. Aber das machst du, Digga. Oh, der schmeckt, Junge. Nee, ich mache immer nur SCHMIE-KT. Dieses Mr. Wichser-Ding, weißt du? Absolute Legende. Heißt der wirklich so? Ja. Der heißt wirklich Mr. Wichser, Alter. Ich bin mit ihm bei Facebook gefreut. Und das ist das Schlimmste. Er spampt mich immer zu. Hier, mein neuer Track. Nur für dich. Da. Der ist white. Schön, schön. Hier unten ist noch einer. Okay, okay. Schön. Soll mal, steppt hier noch einer oder habe ich irgendeinen Anfall? Überhaupt sind Leute. Ja, überhaupt sind Leute. Warum? Oh, erkennt ihr das, wenn ihr wirklich real life schwitzt? Also ihr... Boah, Jungs, Alter. Süßkartoffelbrei ist absolut underrated. Man ist ja mega lecker. Absolut lecker, oder? Ist halt wirklich ein bisschen sweet. Schmeckt aber immer noch nach Potato. Finde ich richtig nice. Weißt du, was mich ankommt? Süßkartoffel-Fritten, Digga. Süßkartoffel-Pommes. Wollte ich grad sagen, die sind doch übelgeil, hä? Ja, warte mal, warte mal. Pass auf, das Ding ist, das macht jeder. Und jedes zweite Restaurant kriegt's aber nicht geil hin. Weißt du, was ich mag? Okay, ist ein Fact. Ja, ist ein Fact. Ist immer so, wir haben Süßkartoffel-Pommes. Wenn die richtig geil gemacht sind, Bruder, dann sind die hier richtig zockt. Haben wir auch schon erst überlegt. Aber dann bin ich da nicht wunderschön. Ich los. Hab ihn. Schön. Von da, von da hinterm Stein, hinterm Stein ist noch einer. Vorsichtig. Ich hab einen Jump-Head. Ich hab ihn genommen. Oh mein Gott, was ist er denn für ein Name, Digga? Ach, Max, ich will den Loot gar nicht von den Leuten, die ich töte. Das passt. Ist das so weird, dass ich noch nie Süßkartoffeln gegessen hab? Ja, ist komisch. Aber ihr kommt doch auch aus Österreich, ne? Ja, ist komisch, sagt der. In Österreich ist alles komisch. Keine Ahnung. War ja, ich richtig. Einfach so eine normale Speise, so. Weißt du, dass du... Ihr habt doch irgendwie in Deutschland irgendwie süßes Popcorn im Kino, oder? Ja, natürlich. Wir haben salziges, halt. Wir haben only salziges im Kino. Ja, Digga, weil ihr alle salty seid da, Junge. Bruder, süß. Ganz verwirrt, wer Salz isst. Dein ist One-Shot da auf meinem Marker. Hat einer. 100 Euro gegeben. Set Jump-Hit, set Jump-Hit. Lass den One-Shot-Spray. Lass den One-Shot-Spray. Ich komm von hinten nur, Homo. Hier ist richtig was los. Ist hier? Oh Digga, er ist an seiner Sohn gestorben, der Bot. Habe, No mast... Schön. Schon wieder Stealth Fire R 박 יש Ist heim, ist cooldown, hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Fafs, das war fünffach gestealt. Ne, ihr lügt. Keiner hat 70 AP von dem jemandem hier oben bei mir. Hat der hinten gnek souten? Bisschen runtergefallen? Metz, Metz, Metz disorders à Metz, Metz. Mäd C, Mäd C, Mäd C. Dafür bist du prim. Wir haben ja nur gebraucht. Ich hab über ein paar S:" Materialien. Als hier halt erst die S sud... Wollen wir den Max töten, dass er auch einen Kill hat? Ja, komm. Soll ich ihn contesten oder nicht? Nee, lass den Max, oder? Ja, er killt mich sonst. Max, er ist hier. Ich hab ihn. Ich hab ihm noch einen Hit gegeben, Max. Wo ist er denn? Wo ist er denn nicht? Er ist oben, er fällt runter. Ich geh jetzt rein in die Zone. Max, Alter, mach doch jetzt mal! Alter, Max, mach doch! Ey, wo ist er denn? Ich hab ihn! Alter, eine Killbombe! Wie viele Kids haben wir? Ich hab eins. Ich hab sieben. Ich hab neun. Du hast einen, Trimax? Ich hab einen, das war der letzte, das war mein einziger Kill. Oh mein Gott. Und Trimax heult jetzt nicht die ganze Zeit zu. Du bist so wack, Alter. Trimax, Alter, wirklich. Du pushst einfach drauf und wenn du down gehst, dann bist du down. Wenn du down gehst, dann bist du down. Süßkartoffelbrei mit Spinat. Schock, Alter, so geil. Ey, weißt du, was noch geil ist, glaub ich, wenn du dir ein Ei reinhaust, Digga? Ja, das Ding ist, wir machen gerade, okay, das ist jetzt ein bisschen unangenehm zu sagen, aber wir machen gerade so eine Entschlackungswoche. Weißt du, was ich meine? Der Rewi lacht jetzt die ganze Zeit nur Mais, weiter? So Basen fassen, wisst ihr? Gegner bei mir, ich bin tot. Digga, die landen zu dritt bei mir! Digga, was ist das für eine Chance? Was? Phyrex, eins gegen drei, gönn dir. Hab zwei. Klingt gut. Er hat Revolver. Ich hab keine Maz, gar nichts, Digga. Ich hab keine Maz, war dumm, dass ich gepusht bin eigentlich. Stark! Schön! Stark, Digga! Du bist es! Dort hinten. Achso, jetzt aufheben. Ich dachte, hier ist ein Gegner. Jungs, entspannt euch. Ich sehe eure Flaketten hier, Esel. Flaketten sind... Alter, ich ziehe da... Absolut jeig. Ich hab mir letztens am Flughafen in Kopenhagen. Real Talk. Hier sind die Videos wieder. Max, was soll die Scheiße eigentlich, Alter? Warum machst du das die ganze Zeit? Ich bin durchgehend tot wegen dir. Ja, in der Unterhütte sind noch drei Leute. Weißt du die so heute, Primax? Im Peller geht die Party ab. Hast du den? Ich hab einen down. Einer ist noch um die Ecke. Der ist One-Shot. Hinter dir, hinter dir, Primax! Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Aber ich hab keine Munition, Bruder. Der ist hier unten. Knocked. Da ist noch einer. Einfach rein. In die Olga. Einer hat 50 AP. Schön. Weil wir grad bei Süßigkeiten waren. Wisst ihr, was die geilste... Also meiner Meinung nach die beste Süßigkeit ist? Kennt ihr diese... Es gibt ja diese Milka-Tafel mit, sag ich mal, so... Verschiedenen Sachen drin. Oh, Triplen. Die Triplen-Schreiecken, Digga. Mit dem Dreieck. Meinst du die? Nee, nee, nee. Ich meine die, wo dann so ein Oreo drin ist. Also es gibt ja einmal Milka mit Oreo. Das ist quasi... Aber innen drin ist quasi dann halt so Oreo reingekrümelt. Aber dann gibt's noch diese. Da sind so wie so eine Art Mini-Oreos in jedem Stück. Wisst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Ich bin ja so der deftige Typ. Ja, Triplen-Schreieck hat Milka-Mettwurst, Alter. Das ist seins. Oh, lebst du so über-healthy? Nein! Nein, nein, nein! Alter, das ist so wahnsinnig! Alle schon so, nein! Holy shit! Yo, einfach Jumbo-Schreiner, Bruder. Bist du nicht so ein Snack-Guy, wenn du jetzt so einen Film guckst oder so? Ja, aber guck dir mal einen Film. Ja, man, Bruder, du weißt schon, was ich meine. Der spielt nur Fortnite. Hey, sag doch mal was dazu. Kann ich hier auch hinsetzen? Guck dir das an, Max, mit der Tür hier. Heftig, Digga. Digga, das sind die Fortnite-Stats, Alter. Ich sag's dir. Jungs, was denkt ihr über Reese's oder Reese's oder wie die heißen? Boah, find ich Killer. Krank, oder? Boah, heftig. Es gibt aber tatsächlich eine vegane... Ich weiß nicht, ob es vegan ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Low-Carb-Version davon. Die schmeckt echt ziemlich gut. Ja, ja, davon gibt's drei Sorten. Die kenn ich alle auswendig. In der Hood. Auf mir im Biggie. Was war das denn, Junge? Noch einen down? Oh mein Gott, ich hab One-Shot bekommen. Wer wird mich finishen? Five-Rex, vorsichtig. Arvin? Okay, stark, stark, stark. Könnt ihr mich dann los... Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ja, Mann, du bist ne geile Sau bist du, Trimax, Alter. Hab dich. Geile Sau bist du, Junge. Können wir so ein bisschen Dirty-Talk machen? Das würde mich ein bisschen anmachen. Ey, safe, Jungs. Ich bin so down für Dirty-Talk, Alter. Nenn mich... Das ist mein Ding. Okay, buddy. Ich werde, das ist ernst gemeint, Rewi. Straight up, Alter. Guck dich an, Max, ey. Du bist so ne geile Sau geworden heute, wirklich. Wir hatten Anfang unsere Caprion wieder, unsere Schwierigkeiten, weißt du? Aber jetzt läuft der Hase, Alter. Kevin, darf ich dich Kev nennen? Oh boy, bitte nicht, Bruder. Bitte nicht. Hä, bist du nicht der LP mit Kev? LP mit Kev? Doch, der bin ich tatsächlich. Alter, alles Geilo bei dir? Alles Geilo? We are a Community. Ja, ich kenn keinen. Ich hab bisher irgendwie 50-50-mal parodiert. Oder Rapper oder was weiß ich. Und ich kenn keinen. Du lebst immer am Leben vorbei, Junge. Oh nein, Alter. Wer hat den gesnappt? Max war das. Die Maschine, Alter. Try Schiene, Junge. Try Schiene. Läsch dich, Alter. Oh, danke, danke. Yes! Im Eis, Alter, hab ich ihn mir geholt. Wir haben einen Baller. Havin gleich? Ja, Havin. Plan ist nicht aufgegangen. Ne, ich würd gern nen Trickshot machen. Ihr kennt mich ja. Okay. Geil. Bei mir ist auch noch einer. Er ist low, er ist low. Er ist low bei mir. Der, meine Dings ist gedreht. Meine Beinings sind auf dem Account falsch. Oh mein Gott, das ist ein Mr. Savage, Digga. No way. Es ist Mr. Savage, Leute. Du hast einen Mr. Savage geholt, Phyrex, Alter. Er ist eigentlich schlecht. Sehr gut. Oh mein Gott, er hat Mr. Savage geholt. Digga, der Titel steht, Alter. Wir haben Mr. Savage geholt. Hast du Lüge gemacht? Einmal kurz Kills durchgehen. Papa, Platte? Drei, Pock. Trimax? Drei, Pock. Na gut. Fyrex, 13. 15, Pock, you. 15, ich 6, Alter. Alter, geil, Mann. Junge, Junge, Junge. 27 Kills, let's go. Die ganzen Runden aber stark hier, ne? Ja, wir sind doch auch die Überschwitzer. Wir sind ja überhaupt nicht. Also Lappen, der nicht performen heute, wirklich super. Der hat sich insgesamt 5 Kills und Revi hat nicht einen Edit im gesamten Tag heute gemacht. Natürlich. Guck mal, wie du immer irgendwas hast, um mich zu playen, Trimax. Du bist heute wirklich komplett bad, Alter. Und so wird das Video auch heißen. Trimax ist ein Bot. Zehn Gründe warum Trimax ein Bot ist. Mhm, doch. Mhm. Mhm. Oh no. Sehr gut. Digger, bei mir, Mann, wie oft noch! Hey! Ich kann's das Spiel nicht. Oh shit. Learn to play, Junge. Bist immer tot. Halt, Digger, Max. Ich mute Trimax jetzt. Hat noch einen Hit? Hat zwei Hits noch von mir bekommen? Mein Gott, bist du ein Bot, Alter. Ver**** Trimax. Hat jemand Loot? Bitte behalten, nicht Revi geben. Und du weißt ganz genau, dass ich die ganze Zeit besser gewesen bin, hörst du. Die ganze Zeit. Und wie hat sich das geäußert? Durch meine Kills. Durch meine XP. Durch meine schiere Anwesenheit, Max. Wir fliegen über ein Loot Lake. Falls wir was sehen sollten, stürzen wir uns Sturzflugmäßig. Nee, machen wir nicht, weil die Zone kommt. Vierer Penner Sturzflug machen wir. Da, lass mal hingehen. Da, lass mal hingehen. Wir gehen alle weg. Obdachlosen Sturzflug angeleitet. Voll rauf, damit rechnen wir nicht. Minus 60. Ich krieg jetzt so auf die Fresse, ich seh's schon. Mach werden. Fabin? Ja, Horde. Ja, Stream Snapper, oder? Junge. Guck mal, was auch Horde-Spieler für Easy Snacks sind einfach. Also wirklich, Horde ist ja komplett, komplett eklig, wer sich so freiwillig nennt. Das ist normal, dieses Spiel. Schön. Danke. Ja, da geh ich hin. Hab noch einen Down. Okay. Um. Einer ist bei mir noch. Einer, schön, schön. Aufgefressen, schön. Trimax trotzdem noch eingeholt mit Kills, obwohl ich eben drei hinten lag. Ähm, dann haben wir 21, 31. Jungs, sind alles über 30er, die Runden hier. Das sind starke Runden. Sag mal, habt ihr einen richtig, richtig geilen PC-Hersteller, der mir einen sponsert? Für ein paar Shoutouts und so? Bei mir, ich hab vier angefragt, die choken alle rein, die brennen alle. Ich weiß nicht, was in Deutschland los ist. Mach mit Aldi zusammen, die haben hinten immer so'n PC drin, der wie so'n Diamant gebunkert ist, Alter. Medion, Alter. Ja, Medion, genau. Ne Medion-Kooperation, ja. Mit Kasten, mit Kasten. Digga, der Rechner passt aber auch zu dir, Alter. Weißt du, der ist so Durchschnitt. Der sieht einfach durchschnittlich aus, der ist durchschnittlich gut. Der ist einfach durchschnittlich. So geil, wirklich. Als hätt'n wieder so'n Diamanten einfach hinten gelagert, Alter. Junge. So'n Glas-Scheibe. Einen, einen, auch einen nachts im Museum, wo du so'n irgendwelche Kasten. Weck mich. Wo so'n Laser-Strahlen vorsehen, wo du so dodgen musst. Wach wurde der Alles, Alter. Zwei Wachleute nach Nacht in diesem Sch**t-PC. Ja, Tipu ist ja von den gesponsert. Tipu ist von Medion gesponsert? Ja, ja. Von Medion und von Alpro, Alter. Soja-Wild. Medion-E-Sports, Alter. Das sind so neue. Das ist so dreckig von uns. Medion-E-Sports. 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 140 Arena-Punkte. Medion-E-Sports. Das Preiszeitungsverhältnis ist top, aber es ist halt nicht so Top Gear. Weißt du, du kriegst jetzt keinen 10.000 Euro Medion-PC. Achtung, Fallschaden. Oh ja, den nehm' ich mit. Also wir spielen, wer stirbt zuerst, okay? Okay, das wär eh Reweaver. Also wer zuerst stirbt, ist low, ist die Regel. Versammeln, alle zusammen. Ich self'n Southpack. Und... Saufen. Was passiert? Ich hab einen genockt. Ich hab einen genockt. Ich hab noch einen 100er Schaden gegeben. Der weiße Fußball-Skinner hat 100 Schaden bekommen. Scheiße, ich hab nur mehr Tremis in drei Leuten drin. Ich brauch echt eure Hilfe, ich mein' ich bin komplett hier. Zwei a-nockt, ich bin da, ich bin da, Bruder. Äh, ja 100er Schein, aber die wolltest du ja nicht. Digga, Falks, das war gerade so eine gute... Was denn? Fabin? Ich geh... Soll'n wir mit Windkampf auf die... Ich hab einen genockt, hab einen genockt, hab einen genockt. Ja, dann aufraufraufraufrauf. Jumper, Jumper, Jumper. ACH! Das ist der K-Roni. Einer Down? Kennen wir uns gleich, oder? An mich! Oh, schön! Wir haben gerade alle geholt, sie entzielt. Fasten Rounds!